Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring will neben dem Fraktionsvorsitz im Landtag auch den Parteivorsitz bereits im März aufgeben und nicht erst im Mai. Er sei mit dem klaren Versprechen angetreten, Rot-Rot-Grün zu beenden und nicht zu verlängern, sagte er in einem Interview. Nun stünde die Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die CDU im Raum. Dies sei das Gegenteil eines zentralen Wahlversprechens der Partei. Die CDU will am 2. März einen neuen Fraktionsvorstand wählen. Mohring stand seit der Landtagswahl in den eigenen Reihen in der Kritik. Er hatte kürzlich bereits angekündigt, das Amt des Vorsitzenden niederlegen zu wollen. Allerdings sollte die Neuwahl im Mai auf einem Parteitag stattfinden. Nun findet Mohrings Rückzug deutlich früher statt.